Am 21.12.2012 endet der Maya-Kalender und die alten Prophezeiungen werden sich erfüllen. Der sagenumwobene Planet Nibiru wird durch unser Sonnensystem fliegen und mit ihm die außerirdischen Maya-Götter auf der Erde landen. Es gibt viele Theorien darüber, welche Auswirkungen die Ankunft der alten Maya-Götter haben wird. Fest steht, nach dem 21.12. wird unsere Welt nicht mehr die Welt sein, die wir bisher kannten. Wie aber wird die neue Welt aussehen? Nach meinen langjährigen Forschungen und Recherchen komme ich zu folgendem Ergebnis. Die Busse und Straßenbahnen der Mainzer Verkehrsgesellschaft werden sich in Kuschelbusse verwandeln. Sowohl die Busse als auch die Straßenbahnen werden sowohl innen als auch außen sich in Kuschelelemente verwandeln. Es wird alles immer kuscheliger werden. Es wird bekuschelt werden. Die Fahrkarten werden kuschelig werden. Die Busfahrer werden kuschelig werden. Und wir werden als Fahrergäste der Mainzer Verkehrsgesellschaft von den Bussen und Straßenbahnen angekuschelt werden. Von innen und außen voll gekuschelt werden. Und es wird kuschelig und kuschelig und immer kuscheliger und immer kuscheliger in den Bussen und Straßenbahnen. Das ist unser Fahrer gefahren. Die Busfahrer werden kuschelig und vorbereitet werden schön. Vielen Dank.